Einen wunderschönen guten Tag und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Recompile. Wir sind in diesem neuen Gebiet, ne es ist kein neues Gebiet, ähm, ja es ist dem Becker bestellt, danke dafür. Ähm, wir sind einfach, ja doch, es ist ja doch ein neues Gebiet, wo wir gestern hingekommen sind, ähm. Jetzt ist die Frage, wo ich gestern war. Hier muss, ja hier muss ich durch, okay. Okay, hier irgendwo kann ich das Zeugs anmachen und ich hab's schon gesehen, wo so noch hochkommen. Ach, du blöder Pixelmann. So. Komm, komm. Schneller, schneller, schneller. Nicht schnell genug, hä? Oh, Mann. Ja, okay, komm. Wie mach ich das denn schneller? Huh. Komm schon. Ja, Mann. Bin ich so doof? Haha. Scheinbar schon, ja. Ich geh's auch die ganze Zeit da drauf, überall. Haha, ja. Äh, I don't get it. Zwei Lampen leuchten ja auf jeden Fall schon. Jetzt leuchtet wieder nur eine. What the fuck? Sag mal, ja, jetzt leuchtet keine mehr. Hä? Na, komm. Leuchtet wieder keine mehr. What? Ja, okay. Die ist jetzt so nach hinten gegangen. Gut. Jetzt ist es wieder ausgegangen. Jetzt ist sie wieder an. Jetzt sind zwei Stück an. Machen wir mal den. Jetzt ist sie wieder... Nein, jetzt ist wieder nur einer am leuchten. Ach, Gott. Hä? Also, die hier zuerst. Dann so. Maybe. Guck mal, jetzt leuchten wieder zwei. Und so. Jetzt leuchten sie wieder gar nicht. Das ist doch bescheuert hier. Geh mal hier nach drüben. Oh, shit. Weg da. Hat er mich getroffen? Natürlich hat er mich getroffen. Perfekt. Kann ich hier irgendwie hoch? So? Nein? Dann machen wir es halt so. Hier geht es gar nicht hoch. Ach, Gott. Ach, Gott. Ach, Gott. Ja, aber... What the friggin' hell? Hä? Ähm. Ja. Was probieren wir denn jetzt am besten? Machen wir den? So. Warten wir mal ab. Okay, das ist jetzt da nach hinten gegangen. Wenn ich jetzt den hier mache... Guck mal, jetzt sieht es wieder aus. Hä? So. Äh. Äh. Nicht ausgehen. Ah, lädt mich am Arsch. Ich geh weiter. Hä. Hä. Das ist mir zu doof. Kann ich hier hoch? Ja. Oh, ein Backup. Punkt. Cool. Äh. Was ist das da oben? What have we got here? Äh. 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 wieder so'n komisches Ding. Ich nicht verstehen. Ihr nicht verstehen diese. Nichts verstehen. Von wohin geht das Zeug da? Rekompilieren. Kann ich nicht weitergehen? Scheiße. Kann ich, äh. Was leuchtet denn da die ganze Zeit so auf? Hello? Objekt kann nicht untersucht werden. Warum nicht? Warum nicht? Das kann ich mich selber untersuchen. Ne. Cool. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. Das ist bescheuert. Äh. Äh. Ist ja alle fünf gleichzeitig irgendwie. Vielleicht den hintersten nochmal? Oder was macht der genau? So. Dann so. Nehmen wir mal den hier. Ja. Ja. Nochmal hier. Okay. Da muss nochmal alles leuchten. Alles muss leuchten. Es leuchtet aber nicht alles. Ach, Arschlecken. Wir gehen weiter. Hesse. Äh, mir zu doof. Das ist mir zu doof, du. Effektiv. Gehen wir mal hier durch. Aber mal ein bisschen umschauen. Gucken, was hier so los ist. Ja, das wäre eine Plattform, die mich nach oben bringen würde. Die Frage, bringt es mir was? Ne, aktuell nicht. Ach, noch mehr Schalter hat das Ding. Ach, herrje. Ja. Geh nochmal auf alle drauf hier. Komm. Das funktioniert nicht. Ha. I don't get it. Lass mal das ganze Zeug da bitte ausmachen. Geht das? So. Machen wir mal den. Aha. Dann der hier. Guck mal, jetzt geht es wieder aus. Machen wir mal so. Es ist ausgeschaltet. Perfekt. Ähm. Braucht es eine bestimmte Reihenfolge oder was? So. So. Aber was macht denn der hier? Der geht nur bis da vorne. Okay. Okay. Jetzt ist es wieder ausgeschaltet. Perfekt. Machen wir den in der Mitte wieder an. Und das ist der hier. Ne. Machen wir den. Bringt nix. Gut. Ähm. Dann den hier nochmal. Ah. Jesus fucking Christ. Ähm. Okay. Dann machen wir den. Ah. Der geht nur bis da vorne. Ähm. Was könnte ich denn noch machen? Den hier. Der geht ja dort auf die Seite. Genau. Äh. Aber nicht weiter. Hä? Dann machen wir nochmal den hier. Okay. Der hier. Ja. Es leucht. Oh Gott. Wollte gerade sagen. Es leuchten schon ein paar mehr. Aber. I mean. So. So nochmal. Ja. Da hinten. Da fehlt es mir irgendwie. Und hier in der Mitte. Hier in der Mitte fehlt es auch irgendwie. Wenn ich das hier mache. Aha. Ich wieder in der Mitte. Wenn ich jetzt den mache. Ah. Das ist doch hinten gegangen. Habe ich es geschafft? Guck mal. Ich gehe nochmal zum anderen da zurück. Den ich nicht gemacht habe. Der da oben. Wobei da leuchtet es ja auch. Da leuchtet es dafür nicht mehr. Da leuchtet auch nichts. Dann habe ich ja. Ne. Hier leuchtet auch nicht alles. Oh mein Gott. Bin ich so schlecht? Oder verstehe ich es einfach komplett falsch? Oder was ist los? Was geht los da rein? Ich check nichts mehr. Ähm. Mach mal den hier. Da leuchtet es noch nicht. Ja guck mal. Leuchten nur zwei. Der dritte leuchtet aber nicht. Warum nicht? Was fehlt da? Der hier. Aha. Guck mal. Okay. Hier leuchten sie alle. Ist ja schon mal was Gutes. Geh mal wieder da nach unten. Ja man. Da. Ja. Hier leuchtet noch gefühlt noch gar nichts. Ähm. Okay. Hier habe ich ja auch schon alle drei zum Leuchten gebracht. Ja. So leuchtet aber nur einer. Wenn ich jetzt den hier noch mache. Ja. Leuchten nur zwei. Dann ist glück. Ne. Nicht der. Doch. Was leuchtet der hier dafür nicht mehr. Jetzt leuchtet er wieder. Die Frage ist für wie lange? Leuchtet der jetzt permanent? Moment. Huh. Oh shit. Hat er jetzt einen Double Jump gemacht? Freaky nail. Ja komm. Geh mal rüber. Jetzt könnte ich doch mit der Plattform nach oben gehen oder nicht? Oder verstehe ich was falsch? Nee ich kann da. Aha. Ich glaube ich habe es geschafft. Ohne Hilfe. Waren wir hier. Aha. Ja schau mal einer an du. Cool. Oh. Und jetzt? Ah. Oh mein Gott. Okay. Dann laufe ich weg. Kein Problem. Arm out. Dann ähm. Oh shit. Ne 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 ne. Moment. Ja. Da oben leuchten ja jetzt auch alle. Dann müsste ich die Plattform da. Auch benutzen können. Ich mache mal kurz noch. Speicherpunkt. Backup. Ja. Kann ich hier auch hoch. Okay. Ich glaube ich habe es hingekriegt alles. Oder? Kann ich hier noch drauf springen? Zack. Komm mal jetzt dreht das Ding hier auch. Okay. Aha. Jesus Christ. Was ist das denn alles hier? Na ja. Geh mal wieder runter. Ey. Wer war das? 50% HP nun. Nein. Hier leuchtet es nicht mehr. Ach nee. Ach come on. Äh. Aber da muss ich glaube ich nur den hier anmachen, oder? Ja. Nee. Oh motherfucker. Ähm. Wer muss ich den hier? Nee. Das hier. Nein. Och Gott. Das hier. Ja. Ja. Leuchten immer noch alle. Sehr gut. Ab nach hinten. Backup. Backup-Punkt. Sehr gut. Hier haben sie einige von den Dingern gemacht. Keine. Äh. Antivirus hier. Nee. Bin sicher. Äh. Oder auch nicht. Irgendwas hat mich getroffen. Ist immer noch der da oben. Das kleine Arschloch. Oh Gott. Äh. Ja. Schießen. Schießen. Komm. 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 Also in dem Spiel aimen ist nicht das einfachste. Okie dokie. Jetzt bleibt nur noch die Frage. Wohin soll ich? Beziehungsweise. Wohin muss ich? Backup. Danke. Ich folge einfach mal dem blöden Dingens, das auf mich schießt, oder? Ich denke, das ist das Sinnvollste. Dort, wo die Gegner sind, geht's durch. Die beschützen ja meistens was. Sag's mal im Normalfall. Ähm. Ja. Dann hoch mit dir. Da sind wir wieder. Da oben ist er. Na komm. Ist er kaputt? Ne, noch nicht. Jetzt ist er kaputt. Braves Ding. Guck mal. Ist hier oben vielleicht noch was versteckt? Nein. Nix. Gehört. Da hinten ist was. Ah, ist ein Kreis. Ist das ein Upgrade oder irgendwas? Normalerweise sind da die grünen Leute die unnützten Tagebuchseinträge oder so. Ethische Übervereinfachung. Keine Ahnung, was das ist. Aber es war auch eine Schrottinfo. Perfekt. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir wohl? Vor allem, wo geht's durch? Da mal. Hm. Ja, aber... Hier? Aha. Das sieht interessant aus. Äh? What? What the hell? Ja, komm mal runter hier. Oh, come on. Das ist ja mal bescheuert. Wow. Danke für gar nix. Danke für gar nix. Fehlt nur noch die Fahrstuhlmusik. Oh, ja. Entschuldigung. Ja, ich geh jetzt einfach nochmal hier durch. Und laufe einfach nicht in dieses verzerrte Zeugs da rein. Dann ist ja dann Problem solved. Und nur kurz was probieren. Ja, guck mal. Einfach dran vorbeilaufen. Und da vorne ist ein System-Backups-Punkt. Was mich persönlich sehr freut. Weil das heißt immer. Ich kann's einmal wieder abfacken. Und ich lande wieder hier. So, dann betätige mal das Knöpfchen. Zack. Und... Rauf, wohin auch immer mich das Zeug führt. Muss ein langer Weg nach oben. Oh, Motherfucker. Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Zwei da noch. Alter. Oh, ich bin kaputt. Alter. Warum waren da zwei? Jesus Christ. Sei die Arschlöcher, du. Ha. Aber jetzt bin ich ja wieder hier. Genau. Mit 100%? Ja. Natürlich. Oh. Und da oben mit dir. So, jetzt muss ich ready sein. Der erste kam, glaube ich, von hier, oder? Nee, hier ist er. Komm schon. Alter, das Aimen ist so scheiße in dem Spiel. Oh. Ja, 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 du. Das ist noch was. Der da. Treffe ich ihn überhaupt? Ja. Guck mal. Bam. Oh, shit. Na, komm. Explodieren, danke. Wie weit geht denn das so hoch? Ich bin fast da. Okay. Und bin wieder auf 100%. Schön. Huh. Okay. Gut. Dann, äh, können wir mal noch hier rein. Gucken, was so kommt. Neues Gebiet. Oh, what the fuck is that? Schade, kann man hier nicht sprinten, dashen oder irgendwas. Oh. Ne, das wollte ich nicht. Ja, dashen, dashen oder sprinten, das wäre noch, äh, wäre noch ein sinnvolles Feature gewesen in dem Spiel, aber ist jetzt halt so, ne? Aber wie hieß das Gebiet hier? Die Hex-Datenbank. Okay, dann haben wir den Titel für heute. Hahaha. Die Hex-Datenbank. Wohin geht's jetzt? Wieder in ein neues Gebiet. Ein kleineres, so wie's ausschaut. Huh. Was ist das? Das ist die Hex-Wartung. Oder? Oder wo bin ich jetzt? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war's das für heute. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.